Die Zusammenarbeit mit dem Timo und Kuka, das war schon sehr spektakulär. Damals gab es den ersten Film, der gemeinsame Werbefilm, Das Duell. Was uns total überrascht hat, war auch das Medienecho schon vor dem eigentlichen Duell. Und tatsächlich, obwohl man ja im Film schon ein bisschen erkennt, dass da ein bisschen Show dabei ist, hat es die Welt so interessiert. Wir hatten sogar eine Sportnachrichtenagentur, die hat veröffentlicht, Timo Boll schlägt Roboter 11 zu 9 nach dem Rückstand. Und das wurde von mehreren Medien aufgenommen, stand in Zeitungen, Nachrichtendiensten ab der ganzen Welt und gab natürlich ein riesen Medienecho. Das Video ist weit über zehn Millionen Mal geklickt worden in ganz kurzer Zeit. Das hat uns fast schon überrollt, dieser Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020